ist ja lustig antworten sie hören sie zuerst ein beispiel wir waren letztes jahr am gardasee ist ja lustig wir fahren dieses jahr an den gardasee und jetzt sie wir waren letztes jahr am gardasee ist ja lustig wir fahren dieses jahr an den gardasee wir waren letztes jahr in schweden ist ja lustig wir fahren dieses jahr nach schweden wir waren letztes jahr an der ostsee ist ja lustig wir fahren dieses jahr an die ostsee wir waren letztes jahr in leipzig ist ja lustig wir fahren dieses jahr nach leipzig wir waren letztes jahr im erzgebirge ist ja lustig wir fahren dieses jahr ins erzgebirge wir waren letztes jahr in der türkei ist ja lustig wir fahren dieses jahr ins erzgebirge wir waren letztes jahr in der türkei ist ja lustig wir fahren dieses jahr in die türkei ist ja lustig wir fahren dieses jahr ans mittelmeer ist ja lustig wir fahren dieses jahr ans mittelmeer audio training 2 eine einladung wiederholen sie hören sie zuerst ein beispiel komm doch mal nach leipzig du bist herzlich eingeladen und jetzt sie komm doch mal nach leipzig du bist herzlich eingeladen komm doch mal nach leipzig du bist herzlich eingeladen ich möchte dir so gern die innenstadt zeigen ich möchte dir so gern die innenstadt zeigen wir könnten die nikolaikirche besichtigen wir könnten die nikolaikirche besichtigen magst du klassische musik wollen wir in ein konzert gehen du musst unbedingt mit mir in den zoo gehen du musst unbedingt mit mir in den zoo gehen möchtest du vielleicht eine bootsfahrt machen möchtest du vielleicht eine bootsfahrt machen lass uns doch auch eine ausstellung ansehen lass uns doch auch eine ausstellung ansehen bis bald ich freue mich auf dich bis bald ich freue mich auf dich auf der bank was du heute kannst besorgen also sowas n m c 29 euro 99 unglaublich hallo guten morgen frau sie chinsky unglaublich ist das hallo tim stimmt was nicht die haben einfach geld von meinem konto abgebucht wer hat was abgebucht die da diese n m c wissen sie wer das ist nein sie haben doch internet könnten sie mal nachsehen ob das kriminelle sind später gern aber jetzt muss ich zur arbeit was soll ich denn jetzt machen gehen sie zu ihrer bank die helfen ihnen nein da gehe ich nicht hin warum nicht dort können sie ihr konto prüfen lassen die wollen mir immer was verkaufen aktien und so ich kenne mich überhaupt nicht aus und das merken die na dann gehen wir zu meiner bank die sind total okay hätten sie denn heute nachmittag zeit heute nachmittag aber 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 kein aber sie kennen doch das sprichwort was du heute kannst besorgen das verschiebe nicht auf morgen ach da haben sie recht hallo 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 frau wetzig hätten sie einen moment zeit für uns um was geht's denn frau sitchinski das ist frau wetzig die chefin hier frau wetzig das ist meine nachbarin frau sitchinski guten tag frau sitchinski guten tag frau sitchinski hat probleme mit ihrer bank aha sie möchte sich von ihnen beraten lassen wäre das möglich natürlich kommen sie frau sitchinski gehen wir in mein büro kommen sie mit tim natürlich ach gut win hier glopp sch w w w w w Vielen Dank.